Hey Leute, willkommen zu dem 3. Part von New Super Mario Bros. View Deluxe auf der Nintendo Switch. Das war echt lange her, dass der 2. Part schon rauskam. Jetzt geht es endlich mal weiter. Am Anfang hat die Capture Card auch rumgespackt, also so, dass es gar nicht funktioniert hat. Irgendwie kam es mir so vor, als hätte Artikel 13 einfach da angegriffen, aber hat es ja nicht, sonst wären ja schon fast all meine Videos weg. Aber, ja, es ging anscheinend noch gut. Weil ich und Elprogame haben eine Lösung gefunden, wie das jetzt funktioniert und jetzt geht es auch endlich. So, heute machen wir weiter mit der 2. Hälfte der 2. Welt, also von der Sandkuchenwüste. Aber erstmal müssen wir hier diese Gegner besiegen. Ich möchte ja unbedingt auch Gegner besiegen. Und möchte natürlich auch... Das komische ist, wieso sind hier diese Dark Points... Fängt ja gut an! Es fängt ja richtig gut an! Schau mal mit Luigi! Letztes Mal, die letzten 2 Pats waren nur Mario! Ja, heute ist Luigi dran, der verrext! Ja, genau. Jetzt aber... Ja, immer so treffen. Immer wie so ein Beyblade. Echt so, immer wie ein Beyblade treffen. Was denn? Ich darf es noch sagen. Egal. So, den Gumbel besiegt. Somit den Pinguin bekommt, der in der Wüste ja sehr viel bringt. Schön, sagst du es. So. Jetzt erstmal den Firebro, aber ich möchte erstmal die Eichel holen. Das klingt einfach falsch. Naja, egal. Komm her! Du scheiß Beyblade! Dankeschön. Applaus, Luigi! Applaus! Das ist der zweite Kill in... Keine Ahnung, weniger als 5 Minuten. Rekord gebrochen. Tschüss, was war das? Und dafür habe ich einen Stern bekommen. Warte mal, was? Ich habe da einen Stern bekommen? Äh. Die Sterne sind immer das Problem. Die klauen immer den Platz. Aber es ist eh vorbei. So. Und jetzt? Wo sind noch weitere Gegner? Richtig! Nirgendwo! Jetzt gehen wir aber zum Waterpilz. Vielleicht sind da Gegner. Aus diesen Kanonen kommen gleich jede Menge Münzen und One-Ups geflogen. Du brauchst sie nur noch einzusammeln. Ja, habe ich auch auf jeden Fall nicht vor. Das wusste ich ja auch am Anfang überhaupt nicht. Eigentlich wusste ich das. Hast du am Ende mehr One-Ups als Bowser's, wirst du mit One-Ups belohnt. Wieso werde ich da nicht mit Bowsers belohnt? Auch Gegner. Oh, Moment. Meine. Geld. Mein Schatz. Nein! Zwei Bowsers. Ich hasse Bowser. Eigentlich nicht. Bowser Player mag ich doch. Ich sage schon mal, es ist ein YouTuber. Vielleicht kennen einige von euch den. So, jetzt mehr Wunder. Nein, nein. Jetzt steht gleichstand. Scheiße. Nein! Ja, ein Wunder wenigstens. Na, komm schon. Nein! Ein! Glaube ich. Ja! Ein! Geil! Das fängt ja schon richtig gut bei mir an. Alter. Immer kriege ich irgendwelche Schmerzen, weil jetzt hier am Daumen, es liegt jetzt nicht am Zocken oder so, sondern immer ist es komisch. Ich weiß nicht, ob der so irgendwie so ein Gefühl kennt, dass es am Daumen so irgendetwas weh tut und ihr müsst da immer so drücken, dann tut es auf einmal mehr weh und dann auf einmal, keine Ahnung wie lang, ist da auf einmal der Daumen dann ein bisschen rot und und danach auf einmal blutet es da innen drin. Und du wusstest das nicht, weil ich hatte es schon zwei oder drei Mal am Daumen und jetzt habe ich an meinem großen Zeh das bekommen. Das tat so weh. Ich musste es sogar mit der Nagelschere aufreißen. Also jetzt nicht so, als würde der ganze Finger jetzt voll richtig bluten, sondern ich wusste das nicht, dass es Blut war. Da innen drin hat es sozusagen geblutet. Und ja, das war anscheinend auch am großen Zeh. Da war es wirklich schlimm, weil ich habe, also das sah sogar so aus, als wäre es vergammelt. Das war so cringe für mich, einfach so wie das Blut rausgekommen ist. Ich dachte schon, das würde jetzt auf einmal ein Wasser fallen mit Blut, aber war es nicht. Das war einfach nur da innen drin voll Blut, hat mir Schmerzen gegeben. Deswegen, ich muss auch irgendwann wieder zum Hautarzt deswegen. Und jetzt muss ich hier schön aufpassen. Also ich habe jetzt auch entschieden, ich nehme Toiletten nicht. Nein, das ist der Falsche, das ist der Falsche. Das ist der Richtige, genau so wie der da. So, hoffen wir mal, dass es alles richtig ist. Yes! Passt ja. Ich habe immer noch Schmerzen. Was soll... Ach. Also es tut echt weh, ich schwöre, es tut so weh. Irgendwann werde ich dafür meinen Daumen abhacken. Nämlich. Hier, genau hier, soll ja ein Secret sein. Ich glaube, ach nee. Doch, das ist Level 5, richtig? Ja. Dann gehen wir zuerst dorthin. Weiß halt nicht, es ist Secret oder zuerst die Star Coins, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich mache zuerst... Ach, ich weiß es halt echt nicht. Wir werden halt sehen. Und das sind die Viecher. Und das ist wie bei Maritain des Aces. Aber da habe ich ihn gemacht. So. Hey, wo ist dieser blöde... Ach, da ist er ja. Ich habe seinen Namen vergessen. Also ich habe so ein Orbum immer von der Mario Bros. Ja, das ist sogar gut, die ist auch relativ gut, sage ich mal. Ja, Pilz! Nice! Stirb! So. Ich will ja natürlich auch die Münzen hinter mir machen. Das ist zwar wichtig, aber... Ja, es ist ja auch endlich Mario Maker 2 rausgekommen. Und ich glaube, ich würde natürlich auch safe ein Video dazu machen. Mario Maker 2 ist halt wirklich cool geworden. Ist halt echt so. Ich lobe es natürlich auch. Relativ gut gemacht. Auch neue Ebenen. Ja, Moment. Ich bin so voll idiot. Weil ich glaube, dafür braucht man möglicherweise ein... Aha, da ist einer. Sehr gut. Man bräuchte möglicherweise einen Kumpaar, damit der da... Wahrscheinlich... Ich glaube, da ist eine Wand. Das ist merkwürdig. Da muss irgendwie etwas sein. Oh. Das kann... Nein. Das kann echt nichts. Hä? Aber wenn hier... Da muss er doch irgendetwas sein. Ich spinne doch nichts nicht. Der war doch. Muss ich einfach so Psychiatrie oder was? Oh. Hier? Ja. Ich wusste es. Ich wusste es. Ja, weil ich scheiß Bodenranke. Dingsbums. Ich bin noch durchgekuckt. Wer's pisst euch? Ich bin sie denn so. Aber ich schneide die Letzte. Ich sage nicht. Falls ihr ein Besser auf der Runde macht, wäre schön. Dann könnte ich vielleicht nicht totlanden. Oh. Oh, eine Eisblume. Rauch ich. Erdermin. Oh. Das klingt einfach so lustig. Ich habe einen Panzer. Bin ich gerade... Nein. So, jetzt. Oh. Hat ihr das gesehen? Nein. Das war dort. So. Ach. Ich weiß schon, was man braucht. Ja. Den Mini-Zwerg. Der sogar auch die Dinger, also die Münzen aus den Blöcken herausholen kann. Obwohl kann es nicht, der... Ja, so, dieser stören kann er sie nicht, weil er zu klein ist. Okay. Schnell, 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 schnell. Ja. Geschafft. Ich glaube, wir benden lieber zuerst das Level und dann machen wir den Secret. Los geht. Ich wollte gerade springen und der geht einfach die Wand runter. So. Gut. Yes, you made it. So. Wir haben jetzt dieses Level mit den Star Coins sicher. Und jetzt müsst ihr... Ich habe immer das Gefühl, ich kriege jedes Mal Verletzung. Echt so. Ich kenne da echt jemanden, der musste sogar mit Basketball auffüllen, weil er sich jedes Mal irgendwie verletzen konnte. Damit hat er aufgehört. Ich fragte dann so Ja, wie geht es? Was macht er eigentlich so? Wie ist es denn hier? Und dann sagt er... Nein! Oh, mehr nicht, mehr nicht. Nein! Als ob ich das geschafft habe. Da! Und wir haben one up. Ich denke mir gerade Zeit es macht eine Maker, aber ist es nicht. Vor allem, Nintendo hat doch gesagt, ja, da gibt es das Story Mode. Da haben wir ja natürlich alle gewusst, bis auf die, die nicht auf Mario Maker so drauf sind und nicht die Direct und so gesehen haben. Theoretisch haben sie jetzt auch selber wieder Level erstellt, weil sie haben ja seit langem sonst kein neues Mario Bros. bis auf Deluxe rausgebracht und da gab es dann eben keine neuen Level. Das waren einfach nur die alten auf der, also wie von der Wii U natürlich. Das war ja alles Copyright. Aber, ähm, da haben sie theoretisch schon neue Level erstellt und sind auch noch in verschiedenen Motiven. Also, Mario Bros., Mario World, ähm, Mario 3, also Mario Bros. 3, ähm, Ju und natürlich Freeley Bros. Freeley Bros. ist relativ cool. Also, ich mein's ernst, das ist natürlich auch ein gutes Spiel allgemein, aber auch perfekt, dass es auch in Dings da drin ist, ähm, Mario Maker. Muss ich echt sagen, ist auch echt gutes Spiel, muss ich echt sagen. Ich hoffe, es wird auch, ähm, ich hoffe, es wird vielleicht sogar noch einen weiteren Teil geben, oder vielleicht, also, ja, eigentlich sollte es ja auch Mario Galaxy 3 geben, aber gab es anscheinend nicht, wie jeder gesehen hat. Stattdessen war es Odyssey, aber Odyssey war natürlich auch ein sehr gutes Spiel. So. Ähm, irgendwo war ja noch ein Secret, wenn ich mich nicht irre. Die muss ich natürlich erst mal finden. Ähm, meist hätten wir nicht genau wo wir sein können. Wo? Das ist okay. Das war okay. So. Hm, hier begehen wir uns schon am Ende. Hier? Nein. Äh, hier? Nein. Da müsst ihr jetzt leider etwas warten. Natürlich lasse ich es hier laufen. Ähm, damit ich nicht so kompliziert Alter, dass ich nicht so kompliziert machen muss. Weil eigentlich habe ich ja eingegeben All, äh, Star Coins. Jetzt muss ich Secret Exits machen. So. Wir sind ja bei der B2. Wie hier. Was auch kacke ist, dass man hier zwei Werbungen einstellen kann. Das ist irgendwie behindert. Echt so. Ja, das ist jetzt Welt 1, wie ich hier weiß. So. Hier kommt Welt 2. GameXplain ist echt cool. Muss ich sagen. Hä? Nein. Nein. Okay. Ich wusste, das ist ja richtig. Das ist ja echt richtig. Jedoch, muss man klein sein. Und ich habe da gerade so gedacht, man braucht nur den Mini-Pilz. Aber dann habe ich bemerkt, also ich habe jetzt halt weiterlaufen lassen. Dann habe ich gesehen, ja, das geht auch so. Nur, hier kann ich nicht rauchen. Außer, Ja gut, ich habe noch viel Zeit. Klappt einfach nicht. Oder? Wenigstens einige Münzen. Ist doch gut. Ach nee, Moment. So. Alter. Das nervt mich. Das ist mal. So geht das anscheinend auch. Mal sehen. Wenn ich jetzt... Nein, das ist doch so knapp. Das ist doch echt knapp. Okay, nochmal. Ach, egal. Ich gehe jetzt einfach zum Ziel. Oh, die kriegt. Wir haben somit den Secret gefunden, ohne YouTube. Wir sind natürlich viel zu intelligent und können uns merken, wo die Secret sind. Ja gut, eigentlich habe ich theoretisch wirklich richtig gelegen, nur dann habe ich gedacht, es war falsch. So, natürlich machen wir wie sonst auch immer hier den Secret weiter. der gehört zwar zur Eiswelt, theoretisch... Ach nee, der geht es angucken, müsste. Das ist ja gebt, aber... Piranienpflanzen! Yo, Piranienpflanze! Sag mal Smash Bros. Okay, machen wir einfach weiter. Glück ist hier kein Secret, wie ich hier weiß. Und hier ist aber ein Item. Und ich sage, das ist auch ein bisschen Akzept. Okay. Und vor allem ist es ein sehr schlechter Akzept. Nope. Warte. Kann ich sagen, dass hier nicht ein Star-Könner war? Nein! Fuck. Ähm, kann ich irgendwie verrecken gehen oder so? Ah, hier. Das war's mit meinem Leben! Es ist vorbei! Nein, nicht mein Leben! Luigi natürlich! Luigi ist der, der leidet! Naja. Ich brauche einfach nur ein Licht. Das ist ganz normal. So. Piranienpflanzen auf Eis. Werden wir das überhaupt überleben? Wie es aussieht, ja. So. Ah, ja, das stimmt ja. Vergessen. Ah! Die klingen wie meine Katze. Also der Kater. Ich habe ja zwei Katzen, die er will. So. Und jetzt muss ich schnell machen. Los! Okay, hier war keiner. Schnell, schnell, schnell. Das funktioniert. Sag ich doch, dass hier ein Star-Könner ist, aber davor habe ich gesagt, das ist da, wo es schon davor runtergefallen ist, ein Star-Könner ist, aber ist der kein. Nein! Das ist eigentlich nur irgendwo. So. Oh, ey, doch. Ja! Scheiße. Bye-bye. Also ich mag am meisten eher hier, ich habe vergessen, wie das Ding heißt, von der Welt 4. Ich weiß jetzt gerade nur, Ähm, Eichenhain, St. Kuchenwüste, Ähm, Limonadensdschungel, das weiß ich nicht. Bis auf Peach schlossen für dich. Schnell wegrennen! Äh, schnell! Äh, äh, dö, 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 oh, 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 ey, mach doch weiter! Ja. Scheiße, geht näher, ja, ich weiß, äh, ich, äh, das ist euer letztes Leben, ihr seid scheiß viel her, ich hasse viel, aber ich, so, so, sehr, weil ich jetzt keine Brostblumen mehr habe, und ich bin jetzt, nein, 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 ich höre, nein, nein, oh, ouch, dadadadadaamonibe means half, dadadaadadadaadaatadaatadaadadaatadaatadadaatadaatadaam hab mich, glaube ich, wieder beruhigt ich hab nur noch einen scheiß Pils KAKA da ist es ich war richtig okay, einfach weitermachen einfach weitermachen und nicht ausrasten so ich werd jetzt nicht ausrasten ich werd aufgabe machen ich werd auch rasten weil ich schon davor und aufgerausten bin das ist nicht wahr das ist echt nicht wahr es soll hier angeblich einer fehlen aber das glaube ich nicht hä? muss ich jetzt wieder auf YouTube gehen oder was? oh lord oh lord oh lord exakt wow also okay ein moment ich geh nicht auf YouTube ich spiele ich spiele einen scheiß Händisch Tablet-Spiel das sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein Ewok aber ich erinnere mich an Lenofis nur der ist ein bisschen größer als ein Ewok okay, egal das ist hier Turm Level da war ich ja ja, hier ja, hier nein nein wo ist er genau? da war da war er grad oh verpiss dich verpiss dich da war die Röhre ich wusste es nein, was ist ist es genau richtig? ich hab es nicht geschafft was ich bemerkt hab da gibt es noch nicht mal einen Checkpoint brauchen wir eigentlich nicht so erstmal das das diese Mullsägel brauche ich nicht immer hallo lass es laufen danke nein so uff wenn ich jetzt es nicht schaffe dann schaffe ich es jetzt nicht das das war knapp gerne Münzen jucken mich ein bisschen nicht nur mein Kater der grad auf dem Bett pennt so wo 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 so sie töten sich selbst wir beginnen selbst jetzt kann ich abhauen ihr scheiß drecksbücher ich habe gerade auf die karte ist die schon so erst mal wo führt das genau hin limonadensdschungel oder ja ich glaube immer nach der limonadensdschungel ja bitte speichern so das ist dann auch mit dem dritten part ich hoffe euch hat es gefallen wenn ihr lassen schön da oben da wir sehen es auf jeden fall beim vierten park wieder indem wir das fünfte level besteigen somit auch morden besiegen wollen vielleicht sogar auch werden und dazu noch betreten wir die dritte oder schon mal die vierte welt somit sehen wir uns beim nächsten mal auf wiedersehen